Für Frieden und Völkerfreundschaft, seid bereit! Immer bereit! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alle, wir machen eine Schweigeminute den Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Ich finde es jetzt völlig gut. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr geschrieben? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde. Wir halten hier alle zusammen, dann können die uns nichts. Ich brauche einen Namen. Nur einen! Wir halten hier eine